Lokales Fritzlar Homburg Fritzlar mit Bus und Bahn zum Hessentag nach Fritzlar NVV verdichte Taktung auf vielen Linien stand 30. April 2024 14.49 Uhr von Daniel Seger Wer mit Bus und Bahn zum Hessentag nach Fritzlar anreisen möchte, kann sich in vielen Fällen über eine bessere Taktung freuen. Fritzlar, der Nordhessische Verkehrsverbund, NVV, weitet zum Hessentag sein Angebot aus. Wer aus der Region mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Hessentag anreisen möchte, der vom 24. Mai bis zum 2. Juni stattfindet, soll es deutlich leichter als normalerweise haben. Der NVV hat wegen der vielen zu erwartenden Besucher die Taktungen verschiedener Zug- und Buslinien angepasst. Zum Hessentag gibt es einen Sonderfahrplan, bestätigt Judith Feodela Croix. Stellvertretende Pressesprecherin des NVV-MIT der Bahn zum Hessentag in Fritzlar zwischen Kassel und Fritzlar werden während des Landesfests zwei Züge pro Stunde verkehren. Die Linie RB39 fährt stündlich zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Fritzlar mit den Zwischenhalten Felsberg-Gensungen und Wabern. Die Linie RB39 verkehrt stündlich zwischen Kassel-Hauptbahnhof und Fritzlar Bahnhof mit Halt an allen Unterwegsstationen außer Kassel-Oberzwehren und Baunatal-Rengershausen, heißt es vom NVV. Weil Veranstaltungen teilweise bis in die Nacht laufen, wird der Fahrplan entsprechend angepasst, um Besuchern eine späte Rückreise zu ermöglichen. Statt der gewohnten Triebwagen werden auf dieser Linie Doppelstockwagen eingesetzt, um eine hohe Kapazität zu gewährleisten. Als zusätzliche Linie im Stundentakt soll die Linie RB38 zwischen Wabern und Treiser mit Halt an allen Unterwegsstationen fahren. Am Samstag, 25. Mai Sonntag, 26. Mai Mittwoch, 29. Mai und Samstag, 1. Juni wird die Linie bis Kirchhain verlängert. Einzelne Fahrten führen direkt nach Marburg. Damit werden die vorhandenen Züge der Linien R30 und R98 entlastet und ergänzt, so der NVV. Jeder Zug nach Fritzlar werde in Wabern von einem Anschlusszug aus Richtung Schwalmstadt-Treiser erreicht. Wegen des Hessentags-Fahrplans wird es laut NVV Änderungen im regulären Verkehr geben. Insbesondere werden viele Fahrten des R98 im Hessentagszeitraum nicht in Neuental-Schlierbach, Neuental-Zimmers-Rode und Borken-Singles halten. Als Alternative stehen die stündlichen Zusatzzüge zur Verfügung. Die Linie R5, Kassel, Bad Hersfeld, verkehrt im Hessentagszeitraum teilweise später ab Kassel Hauptbahnhof. Die Linie R30, Frankfurt, Kassel, fährt während des Hessentags planmäßig.